Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge vom FUNKAPKAR Videogame. Ja, wir gehen sofort weiter und schauen mal, was hier so passiert. Ah, okay, wir müssen wieder was lesen. Aha. Aus des KS-Brief an Felice. Meine liebe Felice, durch Zufall und aufgrund diverser Umstände bin ich in ein Abenteuer geraten, absurd und mysteriös zugleich. Anscheinend reise ich nach Amerika für einige Zeit. Ich weiß, es klingt seltsam, aber ich bin nun schon einige Tage unterwegs und habe die Vermutung, dass die nervsaufreibende Ungewissheit dieser Reise eventuell zu einer Möglichkeit für mich führt, meine finanziellen Probleme zu bewältigen. PS, und zumindest werde ich eine großartige Hochzeit für uns arrangieren können, so wie es sich deine Eltern wünschen. K. Oh, es beginnt der zweite Akte. Die Betrachtung. Tut mir leid, die Musik zwischen den Akten ist leider immer sehr laut, finde ich. Ach, herrje. Lass mich raten, wir müssen in den Tunnel rein. Hm. Hat einer eine Idee? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Gut. Na, dann gucken wir mal. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Oh, der Hund ist wieder dabei. Das war verkehrt, glaube ich. Wir müssen in diesen Tunnel rein. Okay. Der Hund ist cool. Aha. Ich darf jetzt sagen, dass ich den hochgemacht habe, oder zur anderen Seite? Okay. Okay, also wenn ich den hier oben umdrehe, dann... Wo kommt der jetzt an, wenn ich den wieder nach links mache? Ich lasse den nochmal abfahren. Okay, dann kommt der da oben wieder an. Jetzt bin ich gespannt. Ich klicke nochmal drauf. Äh, hä? Äh, hä? Jetzt kommt der hier wieder an, richtig? Ähm, ja. Oh, verdammte Hacke. Das kann ich mir nie im Leben merken. Da gibt's ja etliche Möglichkeiten. Okay. Also, wir müssen definitiv in den Tunnel rein. Jetzt kommt der... Ich muss den hier, glaube ich, umschwenken. Ich muss den hier, glaube ich, umschwenken. Nein, muss ich nicht. Ähm. Okay. Das ist... Aha. Also, wenn der so steht, kommt er hier unten wieder an. Wenn er rechts steht, kommt er wieder unten an. Aber jetzt kommt er so... Das ist lustig. Mhm. Das ist jetzt die Frage. Okay, das auch rechts. Und das... Also, das muss definitiv... So, kommt er jetzt wieder an. Oh, Gott, Leute. Ich warte auf die nächsten... Aha. Also... Verstehe ich das, dass ich... Dass ich fünfmal... Dass ich fünfmal oben nach links machen muss. In der Mitte zweimal nach rechts, dreimal nach links und hier unten. Ja, ich... Ich glaube, ich aber auch... Da kann man nochmal anfangen. Das wird jetzt echt Ewigkeiten dauern. Okay. Jetzt mal links. Aber warum einmal und viermal? Ich musste gerade leider einen kleinen Schnitt machen und jetzt geht es weiter. Schauen wir mal, ob wir jetzt irgendwie ein Stückchen weiter kommen. Ich bastel die Dinger hier um, wie ich gerade denke, dass das richtig ist, aber ich habe keine Ahnung. Ich lasse die erstmal alle so stehen jetzt. Aha. Okay. Was ist, wenn ich den noch da mache? Was ist, wenn ich die ganze Zeit in dieser Richtung lasse? Kommt wahrscheinlich auch nirgends so an, oder? Das habe ich ja noch gar nicht ausprobiert. Okay. Okay. Warum zum Geier habe ich die dann immer verändert? Zu viel. Leute, das ist echt ein interessantes Spiel. Man muss hier wirklich entweder weniger denken oder zu viel denken. Okay. Ähm. Ein Schiff. Eine Kuh, die auf der Gleise steht. Das ist total super. Weil, da kann man nicht weiter. Ähm. Oh. Das nehme ich einfach mal. Das war ein Riesenei. Was macht die das Ei? Nichts. Ne, geh doch mal. Okay. Der Schiff macht jetzt nichts. Äh. Äh. Kann man nichts anklicken, ne? Ist jetzt hier das Ei. Die macht nur Mumu. Die ist nur aber nicht okay. Kann man sonst noch irgendwas anklicken? Kann man den Baum, oder? Oder hier noch irgendwas? Ja, Mumu. Ähm. Aber. Also, das Schiff macht jetzt nichts mehr. Da kann ich jetzt hier unten. Was steht denn da drauf? Blumenfall. Okay. Und hier passiert auch nichts, wenn ich hier irgendetwas. Ähm. Okay. Äh. Das ist wahrscheinlich wieder total einfach, aber... Ich sitze hier wieder und... ...habe schon wieder ein Brett vorm Kopf, weil... ...ich überhaupt kein Problem haben. Irgendwo gibt es hier wieder einen Trick. Ich sehe ihn nur nicht. Ich sehe ihn einfach nicht. Auch wenn ich hier irgendwo drauf zicke. Auch wenn ich hier irgendwo drauf zicke. ...habe schon wieder. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Aber da passiert ja auch nicht. ...habe schon wieder ein paar Tage. Ich sehe ihn nicht. 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 Äh. Ich sehe ihn nicht. 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 Aber... Es ist einfach mega... ...spannend. Mach wohl. So, und nu? Muss ich jetzt irgendwas machen? Ja, möb möb. Oh Gott. Was kommt jetzt? Diese Kabine erinnert an ein Gefängnis, obwohl mich das im Angesicht der anderen Kuriositäten meiner Reise nicht mehr wundert. Stimmt. Wofür ist dieses Vorhängeschloss? Soll es verhindern, dass ich den Raum verlasse oder mich vor etwas von außen beschützen? Tja. Und, hast du eine Idee? Hast du nicht. Du sagst nix. Au. Oh ne, nicht sowas wieder. Ich mach einfach mal, wa? Ah. Ein bisschen U. Echt jetzt? Ich würd mich jetzt nicht wundern, wenn hier ein Hund bei rauskommen würde. Ne, geht nicht. Okay. Kanu? Das geht nicht. Kenu? Kerze? Okay. Ähm. Okay. Ähm. Ich bin grad... Okay, ich kann auch nichts anderes machen. Also... Was zum Teufel... Was zum Teufel? Ähm. Ich bin grad am überlegen, ob ich auf irgendein Wort komme, was ich vielleicht... Bis hierher irgendwie gesehen habe, aber... Es geht ja auch nur bis... M. Gehen die alle bis M? D, E... G... Nein, das geht nur bis G. Und das passt überhaupt nicht. Das ist total gar nicht nach dem Alphabet. M, N, O, P, Q, R... Ah. Ah. Ne, es geht auch nicht. B, X, Y, Z. S, T... Ist da nicht so, dass... S, T, V, U? Was ist denn das für ein Alphabet? Bitte. Hamz... 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 Ich hab gedacht, das ist vielleicht das Wort Hund, aber das haut ja hier nicht hin. Hamz... Fianz... Haben wir hier schon... A, B, C, D, E... Das sieht eher aus wie eine 6. A, B, C, D, E, F... Ich bin gerade total wieder... K... Warte mal, das ist ja... Es geht ja nicht wirklich nach dem Alphabet. Also es geht ja nicht pro Rolle hier von A bis Z, sondern... Hier ist ja ganz wenig nur... Hier ist ja A... B, C, D, E, F, G, ne? Bis G... Und dann geht's wieder bei A los. Und hier ist P, Q, R, M... Was überhaupt nicht passt. Also M, N, O, P, Q, R, S... Ne, nur... Und hier ist... S, T... Eigentlich kommt das U als erstes. V, U, B, X, Y, Z... Und dann geht's wieder mit dem S weiter. Und hier haben wir... Ich bin hier gerade echt am Überlegen. Wartet mal. Und wenn ich hier... Was geht ja auch? Das ist... Hä? Äh... R, S, T... M, N, O, P, Q... Ich hab keine Ahnung, Leute. What? G, I, O, S? Das funktioniert ja gar nicht. Ich hab hier kein G. G? Wartet mal. Echt jetzt? Oh mein Gott, Leute. Na gut, ich mach hier aber einen weiteren Schnitt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. das ist... Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020